Star Trek, das Treffen der Generationen, heute in Sat.1. Das Treffen der Generationen geht jetzt weiter. Star Trek, das Treffen der Generationen geht jetzt weiter. Das Treffen der Generationen geht gleich weiter. Star Trek, das Treffen der Generationen geht jetzt weiter. Das Treffen der Generationen geht gleich weiter. Star Trek, das Treffen der Generationen geht jetzt weiter.